Also dafür, dass die Münchner immer so schicki-micki-tolli-tolli sind, ist das hier ganz schön rustikal, ja, dieser Biergeruch. Oh, siehst du, jetzt sind schon wieder so Preisen, die da herkommen und meinen, sie müssen die Schickeria von Minga anschauen. Also Weißwein riecht nicht so schäbig, ne? Egal, ich bestell mal, ja, ich ruf mal den Kä... Hallo, komm. Oh nein, jetzt muss ich einen zu der Hirosen. Oh Gott. So, Habe Dere, grüß euch. Wir würden gern was bestellen. Ja, bitte, was hättest du denn gern? Und diese Pilzpfanne da hinten, die sieht schön deftig aus, ja, können Sie die aber auch ohne Sahne zubereiten, wäre das möglich? Das ist ein Schmarrn. Du brauchst eine gescheite Unterlage. Lass doch die Sahne sein und dann passt das. Und ich sehe hier diese riesigen Biergläser. Haben Sie auch kleinere Größen? Nein, Alter, wir trinken in Massen. Bei uns im Rheinland gibt es auch Stößchen, das wäre dann 0,1. Das einzige Stößchen, das US-Idea gibt, was wahrscheinlich dein Ed gar nicht tut, dass ich den ins Bett... Aber das ist das Schmarrn.